Ich war bei dm einkaufen, um eben mal ein paar Pflegeprodukte, die unparfümiert sind, zu kaufen und auszuprobieren. Und was das genau ist, zeige ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Ich stelle euch heute mal einen kleinen, sehr kleinen dm-Roll vor. Bei mir war das meiste, hat leider nicht im Laden. Ich wollte ne Creme ausprobieren. Ne, andere Creme, die ich auch ausprobieren wollte, die war auch nicht da. Aber dafür habe ich das Shampoo von Langhaarmädchen entdeckt. Das werde ich aber echt erst nächstes oder übernächstes Mal kaufen, weil ich einfach noch drei, um die drei feste Waschstücke, schrägstrich feste Shampoos, habe ich noch in der Pipeline. Und die müssen erstmal angefangen werden. Aber jetzt fangen wir mal mit einem Produkt an. Bitte, falten nicht drauf rein, wie ich wieder. Balea oder allgemein dm geht gerade einen guten Weg ein. In Sachen mikroplastikfrei. Auch andere Marken ziehen danach. Aber es sind noch lange nicht alle Produkte mikroplastikfrei. Also fall da nicht drauf rein. Besonders aus der Serie sind, glaube ich, 95% mikroplastikfrei. Das Waschgel ist es nicht. Ich werde dieses Waschgel aufbrauchen. Ich hatte das unter dem letzten dm Haar. Da hieß es auch, bring doch den Kajal zurück. Das Problem ist, wenn ich das so zurückgebe, nehmen die das schon an, aber das wird weggeschmissen. Ich finde, das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also einfach fürs nächste Mal dran denken, das nochmal abchecken. Man geht halt nicht mit dem Scanner durch den Laden und scannt halt jedes Produkt ab. Ich kann das einfach verstehen. Das hat 2,95 Euro gekostet. Also das hier hat auf jeden Fall keine Duftstoffe. Da achte ich halt sehr darauf. Es gibt es im Laden, du musst echt genau hingucken, da ich eben Veganerin bin und ich jede Marke ein Produkt kaufe, muss man halt wirklich gerne außen zu angucken. Und Balea ist so eine Marke, die jetzt für mich wieder interessanter wird, weil sie halt viele Sachen umstellen. Und ja, so sieht das Produkt aus. Dann haben wir das seifenfreie Waschstück, das ist mild parfümiert. Das ist es. Das seifenfreie Waschstück hat gekostet. 1,25 Euro, das kann man auch im Gesicht anwenden. Hätte ich jetzt ausschließlich auch nur getan, also nicht so wie mit dem Duschbrocken, der bei mir jetzt auch schon relativ weit aufgebraucht ist. Der ist halt stark beduftet und sowas möchte ich halt im Gesicht nicht haben. Das hier ist leicht beduftet. Ich werde es auf jeden Fall auch im Gesicht mal ausprobieren. Ich werde davon berichten. Ich werde ein Video machen, denke ich. Das ist so ein Standardprodukt. Das kann man aber wirklich auch mal vorstellen, obwohl es auch schon eine Weile lang auf dem Markt ist. Ich probiere es einfach mal aus und ich sage es euch. Es gibt halt so eine kleine Geschichte für mich. Früher als Kind musste ich immer dieses Waschgel von Sebamid verwenden oder das von Aldi. Auch 5,5 pH und ich mochte die Sachen einfach nicht. Ich mochte sie einfach nicht. Ich weiß auch nicht. Und immer wenn ich solche Produkte in der Hand habe, denke ich mir so, oh, früher und so. Bei mir ist es so, dass ich das Deo, was ich mir da komme, werde scharf, das Deo, was ich mir bei Eco Verde gekauft habe mit dem Pfirsich, vertrage ich nicht richtig. Da kriege ich richtig offene Stellen unter den Achseln. Das ist richtig unangenehm. Also ich muss immer ein Hin und Her wechseln sozusagen. Und das wollte ich eh schon testen mit 3,95 Euro, ganz und da echt gar nichts sagen. Ich weiß gar nicht, was für eine Verpackung das drin ist. Ich hätte mir sonst wirklich jetzt nochmal ein Weipenseifen-Demo geholt. Ah, das ist gar nicht mal so klein. Wow. Und das ist ein Glastiegel. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also es ist tatsächlich Glas. Ich bin gespannt, was das kann. Aluminiumdeckel. Ich habe nicht nur Positives darüber gehört, ich mag halt die Duftrichtung. Ich habe immer in meiner Handtasche so ein Deospray dabei. Der ist immer mit dabei. Daher mag ich halt auch den Duft. Da weiß ich 100%, das wird mir von Duft her richtig gut gefallen. Ob es funktioniert, ist eine andere Sache. Nichts Besonderes, aber das geht halt einfach jedes Mal mit. Weil Frau braucht das halt, ne? Und jedes Mal, wenn ich ein Einkaufen gehe, hole ich mir so eine Packung einfach mit. Und die Kosten, die Kosten, die Kosten, 3,15 Euro. So, ich fange an mit Arbeiten. Wenn du dieses Video siehst, habe ich wahrscheinlich schon angefangen mit Arbeiten. Und es ist so, dass ich da natürlich mal die Hände waschen werde, weil ich habe Publikumskontakt. Und ich kenne mich. Wenn ich zu trockene Finger habe, dann noch Papier oder sowas anfassen, da kriege ich immer Gänsehaut. Deswegen eine Handcreme. Und da zählt auch das Gleiche. Duftstofffrei. Und mit Allatonin, trocken für trockene und empfindliche Haut. Klinisch getestet, die ist auch ohne Mikroplastik. Habe ich extra nochmal geguckt. Aber bei der wusste ich, dass sie kein Mikroplastik hat. 95 Cent. Da kannst du echt nichts sagen. Also die wird mit zur Arbeit gehen. Und jetzt habe ich hier noch, ich wollte eigentlich diese Familienspülung haben. Da gibt es so eine Reihe, die nennt sich Familiensohnsohn von Alverde. Oder für die ganze Familie. Und die habe ich jetzt genommen, weil hier tatsächlich Proteine drin sind. Und ich bei meinen Haaren immer so ein kleines Problem habe, weil die halt recht dünn sind. Und sehr schnell reißen ist halt ein Anzeichen dafür, dass Proteinmangel herrscht auf dem Kopf. Und da ich ja Locken eigentlich habe, also wenn ich so vor euch sitze, sollte man das fast nicht glauben, kann sie mir halt gut rauskämmen. Es ist halt besser, wenn dein Haar ein bisschen mehr gekräftigt ist. Und daher gucke ich, dass ich immer mal wieder ein bisschen Spülung verwende. Und die kenne ich noch nicht. Die probiere ich aus. Ich berichte darüber. Insgesamt ausgegeben habe ich 14,20 Euro. Ja, aber ist nicht ganz so viel. Ich wollte eigentlich, wie gesagt, noch eine Creme haben. Die gab es einfach nicht. Es war überhaupt nichts aufgeführt. Montags geht man eigentlich auch nicht einkaufen und nicht so früh. Ich melde mich an der Stelle ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst mir, aber es ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.